da ja es geht herstellen das ist ach guck mal wir können auch die leiter hätten wir aufreißen können aber sieht doch nice aus hier oben das hat doch was dann haben wir doch unseren Turm sozusagen und wenn man Bock haben, bauen wir wirklich nochmal einen Turm und kann man natürlich auch machen, den nochmal verlängern um oben rausgucken zu können so die Leiterreise hier auf dieser Kecke ja, wir können doch mal wegreißen das ist die Leiter aus Holz Leiter aus Holz abreißen na gut wie sieht man hier aus? Ahne, na gut was regnet sehr nice Wollt man hier auch eine Plattform für dich bauen eigentlich? hat mich die Sachen zusammen? oder was hatte gefehlt? da war auch diese komischen... ne, die Pellen hatten wir ja, was hatten wir noch? ich glaube, das Eisen haben wir letztes Mal nicht und wir haben Eisen, glaube ich, reingeschmissen und sich angeschmissen zum Schmelzen ja, dann mach ich mal an wie war denn wieder? Wie war nochmal absteigen hier? ah, mit E ja, jetzt fehlt hier Holz wo haben wir gar kein Holz? Ich hab noch 59 Holz ich hab noch 59 Holz hier 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 ich glaub, das ist eins dieses Schmelzen nochmal ja, Leiter, na gut, Leiter haben wir und noch ein bisschen Metallbahn naja Feuerstein so viel ah, ich hab noch ein Ei von was war das Ei denn? von der Honisse? ne das kann man mal essen ne das wollen wir nicht essen, wenn wir mal was züchten wollen hier ein Ei ein Ei ja, ein Ei kann's ausbrüten da gibt's ja schon eine Pup-Maschine oder so du willst dich draufsetzen? nein nein aber du ne doch Jogi war meiner, ne? ja wo muss, was muss man machen? Traglast erhöhen, ne? aber auf was müssen wir Traglast gehen denn? Traglast ist ja extrem hoch, oder? ja so achso ja, müssen wir halt mal testen, so wie es dann halt passt ich denke, war's ja erst mal so auf 200 hoch da ist ja grad mal bei 140, ey boah ja, ich auch mhm ein Häufchen ja da kann ich ist die zweite Kiste auch voll ein Häufchen? mit unserem Dünger ein Häufchen hier liegt nirgends von ein Häufchen ja, die machen grad nicht jetzt macht mal hier, komm mach mal am Schwanz ziehen ja, mach mal Bakari ja ah, ist gefährlich, aua ja ja da war was ja, gut irgendjemand wer so waren wir das? also ich hab nix gehört doch, das hat jemand gekackt ja haste? da waren wir Spike, warte Spike, du kacka, schön ja hat's schön gemacht haste fein gemacht haste fein gemacht haste fein losgeschissen haste fein geschissen ach ne, noch eins brauchen wir dann sind alle drei voll erst mal los Spike, zeig noch mal wie das geht oder Yogi, los ja, ich weiß nicht was das dann vor ist vielleicht wollen wir schon mal anfangen hier vielleicht kann man ja auf dein auf dein Tascari schon mal was drauf bauen ja, was denn? na, da muss auch diese diese Plattform hier diese Fundamente machen auch? das gilt als Fundament ne, ich glaube nicht du kannst da drauf bauen, ja 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 aber das gilt nicht als Fundament und das müssen wir mal warte mal dann kannst du da auch Wände drauf und so ich habe ja noch gerade zwei Fundamente dabei sechs ah tatsächlich, ja ok das ist aber bescheuert das kann ich ja nachher in in ne, warte mal haben wir noch irgendwas was hier so bauen kann was ich nur so zum aufbauen habe ohne Dings vielleicht ohne Wand warte mal kann ich das bauen naja gut das ist ne das ist ne weiss ich vielleicht dass du die erste vielleicht so bis in mittel Schien kriegst dass du vielleicht rechts und links noch mal eine daneben bekommst soll ich denn wirklich dann oder oder ich weiß nicht wie das jetzt aussieht bei dir so, das ist ja mittig weißt du noch eins schau mal ob du rechts oder links eine dran machen könntest ja du schau ne 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 und das man das bisschen nach außen setzt dass man zwei drauf bekommt ja ich dachte man kann so einfach mal Schränke oder so drauf stellen ok ja oder auch mal so ne Schmelze oder auch mal so nein aber so einfach so nicht dass man auch was extra drauf bauen muss ok irgendwas soll man später drauf bauen also Schmelze ja gut ok vielleicht noch mal so eine Werkbank weil wenn man so eine Eisenrüstung haben die geht auch unterwegs mal kaputt ja und die kannst du nur damit mit der Werkbank wieder ganz machen ja klar klar ja vielleicht noch mal ein Feuer rein dann nochmal sollen wir dann Stein nehmen oder sollen wir lieber Holz nehmen na Holz geht schnell kaputt ich würde schon Stein nehmen ok hab noch irgendwie was an Stein hier Wände habe ich ja Wände habe ich schon mal sieben Wände sind hier 100 aber 100 Stein plus das vielleicht kriege ich da zwei soll ich da nur zwei Wände drauf machen äh Fundamente oder mehr 2 wie Fundamente naja Fundamente wie viel Fundamente darauf sollen ja ich hatte äh vielleicht dass du zwei in einer Reihe kriegst also nur zwei oder zwei mal zwei achso ja dann auch nach vorne so wie es geht ok was geht denn bauen Stein Fundament kann ich eins bauen dann fehlt mir Stroh und Holz ich weiß nicht ob ja wird bestimmt so mal drei wird es bestimmt gehen ich guck mal ja dann müssen wir wir können doch mal los gehen ja ich hatte 100 und die Schmerzen gepackt ne Holz ist nicht leer ja wir können doch gleich los gehen ach komm mal aus machen wir sind schon 100 Stück fertig ne da waren nicht 100 ich hab nur 100 Holz rein gefahren ach so ja aber wie viel Metall ist jetzt drin fertig ja jetzt bräuchte ich noch 10 Metallbahnen ja dann muss man die Schränke hier durchgucken Holzkohle Holzkohle wir haben bestimmt irgendwo noch Eisen drin doch nicht was ist denn Spezies X für eine Pflanze ja das ist so eine Pflanze die kann die schießt selber die ist das ok jetzt habe ich drei Fundamente warte 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 was was ach wir wollen auch 3000 Lebenspunkte erstmal gehen genau ja ganz ruhig karrieren so ruhig alles gut du kannst dich freuen ja du bist ein ja alles gut wird alles gut wird alles gut nein nicht bewegen oh man ja die wackeln naja die wackeln auch ja so kriegt das jetzt dann hier wo bist du denn hier hast du gesehen guck mal wo ist denn hier ah ne eh da ja da noch nach vorne weiß ich was man da gehen kann zwei noch nach vorne oder eins das wird knapp wahrscheinlich ich weiß nicht wie das aussieht nachher mit dem rauskommen ich muss nachher mal testen wenn ich Material habe wir können von mir aus gerne natürlich nochmal los ja müssen wir müssen wir müssen wir müssen wir sind wieder abholsen gehen und alles wir dürfen bloß kein Alphatier begegnen ne es ist nicht so gut weil ich habe das Glück dass immer meine zu erst sterben ja 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 ich glaube wenn du noch eins auf vorne gehst da wird es dann knapp ja ja das soll nämlich auch aber ich weiß weiß nicht ob du wenn du noch so eine Decke dran machst ja an die Seite da kannst du kloppen auch dann an die Seite also eine nur ja an die Seite ja müsste man mal ausprobieren an die Seite ja die Seite ja 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 an die Seite ja ja Aua oh äh Oh mir wird schlecht o o oh ohh was ist hier bei mir fliegt hier irgendwas oben komisches ehhh ein Grafikfehler Dein Gesicht ist noch hier oben. Was? Ja. Verzogen, aber es ist noch hier oben. Und ein bisschen von deiner Schulter. Boah, es hat aber jetzt die Hälfte voll hiermit gezäumt. Nur die Hälfte? Ja, das hat schon gereicht, ja. Wie viel Leben hast du denn noch? Dein Leben ist voll. Achso. Aua, hör auf! Jetzt geht es schon wieder hoch. Die Säule ist immer noch da, obwohl ich da unten war. Ich hoffe, die ist gleich weg und du läufst die ganze Zeit mit der Säule hier rum. Oh Mann, ey. Toll. Ich geh schon mal. Ja, ich komm nach. Oh. Ich lass die Tür auch offen für dich. Nee, da kommen die Dinos rein. Da werde ich gefressen. Ach quatsch, du hast doch da Freunde. Na gut, ich mach zu. Und wenn du dich ausgedacht hast, kommst du nach, ne? Da lässt der mich einfach so gelesen. Ich kann dich nicht aufwecken. Ich kann nochmal, sag mal von hier aus nochmal schießen. Nein, nein, nein. Achso. Da baue ich meine eigene Base. Ach quatsch. Dann. Ich warte hier auf dich. Kari guckt doch rüber. Ja. Das sieht ja auch wirklich sehr komisch aus. Was denn? Wie ich da liege, oder? Bei dir ist das Gesicht nicht verzerrt, also so ein Grafikfehler. Ein Orkenweiß ist komisch, ja. Aber immer sieht's schlecht. Okay. Ja. Nee. Ja.